Ab 15 haben wir dann 9. Ich hab gewusst, die bringen Map of Ring mit. Tunnel dich mal lieber selber, du schaust, da schaust du, wie du dich fühlst. Ach, eben, das Ding ist, wenn du bei uns zuschaust, als wenn wir Survivor spielen. Da wirst du dann sehen, wie viel wir getunnelt werden. Wir werden eigentlich fast jedes Match getunnelt. Ja, das ist, äh... Nee, das ist mir zu blöd. Vorbei der Jinn da hinten, na. Ist hochgegangen. Vielleicht kriegen wir den Zombie dazu, hier hoch zu gehen. Wir werden jedes Match getunnelt. Aber ich mach nicht Mimimi, ich versuch dann einfach besser zu werden. Die wird die Palette ziehen. Sie schaut nicht nach hinten, das ist schon mal gut zu wissen. Ist egal. Eigentlich müsstest du schon krass sein mit deiner Stundenzahl im... Ich weiß nicht, ob du mich triggern möchtest, aber für dich hat's gereicht. Also nein, ich bin nicht krass. So, let's go. Chase war ein Ticken zu lang, Leute. Und die Anhocks, das ist auch ein gutes Beispiel. Deshalb, wie Tunneln... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. gettert. So, wenn wir zum Beispiel vom Haken weggehen, da musst du auch ein paar Sachen verstehen. Dass wenn wir vom Haken weggehen, ja, und wir versuchen, Survivor zu finden, wir sehen auch Gen Progress. Die spielen so wie du. Die Survivor hier. Wir sehen hier Gen Fortschritt, aber das Problem ist, was wir hier nicht erkennen können. Geil. Was wir nicht erkennen können, geile Zombies, wirklich richtig geile Zombies. Was wir nicht erkennen können an der Stelle, ist halt, ähm... Why bekommt Dissel so schlaue Zombies? Oh. Nee. Okay. Oh, warte, 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 warte. Nevermind. So, Ausbruch aktiv, sexy, die müssen sich jetzt erstmal resetten, Leute, sie hat kein Deadhead mehr gehabt, sie hat es vorher gewastet, du bist halt abschauend bei, mh, dasselbe hat deine Mama auch. Aber erst nachdem ich sie blockiert habe, Bitch. Das Ding ist eben, wenn du keine argumentativen... Da oben ist er. Wenn du nicht argumentieren kannst, mein Freund... Ich kann genauso dumm reden wie du, weißt du, wie ich meine, so ist es nicht. Ja, weil ich es sonst nicht tue, weiß ich nicht, dass ich es nicht kann. Wo ist er denn? Zum Beispiel hier, bevor du sagst, ich campe, der Survivor ist auf der Seite der Map, ich bin nicht blöd, weißt du, wie ich meine. ... ... ... GG. GG. Und der Grund, weshalb ich dich nicht gebannt hab, mein Freund, ist der, dass ich super gern für solche, ich bin immer offen und diskutier super gerne über solche Sachen wie, wie er hat ein Survivor zu spielen, wie er hat ein Killer zu spielen und so weiter und so fort. Das ist auch der Grund, weshalb meine Mods dich nicht sofort wegbannen will. Er hat ihn wegen Beleidigungen reportet. So. Dizzle hat gesluckt mit den Twins. Ja, ich hab gesluckt mit den Twins. Hassen, super, super schön dich zu sehen. Wir haben gesluckt, kein Camp, kein Tunnel oder irgendwas. Hassen, wir haben einfach nur gesluckt mit den Twins. Und das hat jemandem sehr sauer aufgestoßen. Warst du wieder ein böser Killer? Ich hab gekillt, ja tatsächlich. Schande über meine Wackige Haupt, Leute. Warum muss ich ein Killer eigentlich rechtfertigen? Ein Survivor rechtfertigt sich auch nicht für Proof, Hyperfocus und so. Ach, Kurosaki. Ich finde, das hat nichts mit Rechtfertigung zu tun. Ich verstehe, wenn man noch nicht so viele Spielstunden hat in dem Game, dass man gewisse Spielmechaniken einfach nicht gut findet. Ja. Aber zum Beispiel jetzt in der Runde, Leute. Wollt ihr mir erzählen, dass die Survivor hier gerade eben, ja, dass hier die Claudette Morell 28 Prestige, 28 Fengmin, Prestige 24. Das war auf jeden Fall, die haben mit Sicherheit zusammengespielt, Leute. Mit Beweise dich, Beweise dich, Boon Totem. Adrenalin, ähm, Sprint Boost, Dead Hard. Ähm. Map Offering. Dass die halt, wenn die jetzt hier P16 geht, P16 geht, dass wir in so, wenn wir in so ein Match kommen, dass die nicht wissen, wie man Dead by Daylight spielt, Leute. Wie soll man Twinsons spielen, wenn man nicht slangen darf? Victor kann halt keine Survivor aufnehmen. Flix, es ist halt, es ist, was es ist. judgmental. Vielen Dank.